Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs verfügen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Verfügt, verfügte, hat verfügt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich verfüge. Du verfügst. Er verfügt. Wir verfügen. Ihr verfügt. Sie verfügen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich verfügte. Du verfügtest. Er verfügte. Wir verfügten. Ihr verfügtet. Sie verfügten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe verfügt. Ich habe verfügt. Du hast verfügt. Er hat verfügt. Wir haben verfügt. Ihr habt verfügt. Sie haben verfügt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich verfügt. Ich verfügt. Du verfügst. Er verfügt. Wir verfügen. Ihr verfügt. Sie verfügen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich verfügte. Du verfügtest. Er verfügte. Wir verfügten. Ihr verfügtet. Sie verfügten. Den Schluss macht der Imperativ. Verfüge du. Verfügen wir. Verfügt ihr. Verfügen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb verfügen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Verweigte. Vielen Dank.